Leo, der neugierige Lastwagen Schaut mal, da ist Leo, der neugierige Lastwagen. Und wer ist hier denn noch auf dem Spielplatz? Das sind zwei Bagger, die mit einem Ball spielen. Und hier haben wir zwei Boote, die auf dem See schippern. Das kleine Boot zieht Kreise um das große Boot herum. Die beiden scheinen ja einen Riesenspaß zu haben. Leo, möchtest du auch einen Spielkameraden? Aha. Sollen wir einen Freund für dich finden? Hier sind zwei Kräne. Sie sind aber sehr beschäftigt. Sie bauen neue Gebäude aus Blöcken. Lass uns weitersuchen, Leo. Schau mal, hier haben wir Fahrzeugteile. Wir können daraus einen Lastwagen bauen. Genauso einen wie dich. Magst du eine rote Kabine? Die gefällt dir also nicht. Wie wäre es mit einer grünen? Auch nicht? Du möchtest also die blaue. Gute Wahl, Leo. Die Kabine montieren wir an das Fahrgestell. Räder. Kotflügel. Und jetzt noch eine Ladefläche. Oh. Diese Ladefläche sieht deiner aber gar nicht ähnlich. Die grüne passt auch nicht. Aber hier haben wir eine rote. Genau wie deine Ladefläche. Schau mal, Leo. Unser kleiner Lastwagen ist fertig. Das ist Leo Junior. Hallo, Leo Junior. Jetzt hast du einen kleinen Bruder, Leo. Zeigst du ihm, wie man spielt? Toll. Leo und Leo Junior spielen Ball. Leo, der neugierige Lastwagen. Das ist ein Spielplatz. Ich frage mich, wer hier heute spielt. Ich glaube, das ist Leo Junior. Hallo, Leo Junior. Schau mal, da sind kleine Autos. Leo Junior. Leo Junior möchte für sie einen Autotransporter bauen. Und hier sind die Teile. Sollen wir anfangen? Zuerst bauen wir die Zugmaschine. Das ist der vordere Teil. Daran montieren wir Räder. Eins, zwei, drei, vier. Eine Konsole. Ein Lenkrad. Und die Stoßstange. Oh nein, sie fällt ja runter. Damit die Stoßstange hält, müssen wir erst eine Kabine montieren. Kannst du die Kabine finden, Leo Junior? Aha. Wow. Leo hat drei Kabinen gefunden. Sie sind alle von verschiedenen Fahrzeugen. Leo, wir müssen die richtige aussuchen. Ob diese hier wohl passt? Nein. Wie ist es mit dieser? Nein, das ist doch ein Gabelstapler und keine Kabine. Wie wäre es mit der orangefarbenen? Gute Arbeit, Leo. Los, wir montieren die Kabine an die Zugmaschine. Toll. Jetzt können wir die Stoßstange anbringen. Der Autotransporter ist fast fertig. Es fehlt nur noch der Anhänger. Toll. Alle Autos einsteigen. Alle Autos einsteigen. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Gute Arbeit Leo Junior Was für ein toller Autotransporter Leo, der neugierige Lastwagen Schaut mal, da fährt Leo Junior über den Spielplatz Und hier ist eine Bushaltestelle Ich frage mich, was für ein Fahrzeug Leo Junior heute bauen wird Lade deine Teile ab, Leo Möchtest du einen Bus bauen? Sehr schön Lasst uns die Sitzbänke für die Fahrgäste montieren Die Konsole Das Lenkrad Räder Zwei Türflügel Rückleuchten Und Scheinwerfer Leo Fehlt da etwa ein Teil? Na klar Das Dach ist nicht da Kannst du es finden? Es ist nicht unter der Rutsche Und auf der Wippe ist es auch nicht Das Dach ist hier In der Spielkiste Leo, du hast es gefunden Jetzt noch schnell montieren Und fertig Gute Arbeit, Leo Der Bus ist an der Bushaltestelle angekommen Heute wird er geometrische Figuren transportieren Quader Zylinder Und Kegel Die Türen schließen sich Gute Fahrt, kleiner Bus Bis zum nächsten Mal, Leo Junior Leo, der neugierige Lastwagen Schaut mal Da ist Leo Junior Und hier ist ein Rennwagen Oh, Leo Junior Möchte ein neues Fahrzeug bauen Wow So viele Teile Möchtest du etwa ein Cabrio bauen, Leo? Aha Karosserie Vorderbank Und Rückbank Konsole Lenkrad Türen Eins Zwei Die vordere Stoßstange Die vordere Stoßstange Die hintere Stoßstange Vier Räder Eins Zwei Drei Vier Scheinwerfer Und rückleuchten Und rückleuchten Gefällt es dir, Leo? Fehlt da etwa ein Teil? Unser Cabrio braucht eine Windschutzscheibe Kannst du sie suchen? Wo ist sie denn nur? Hier ist sie nicht Hier ist sie nicht Du hast sie gefunden Jetzt noch montieren Genau so Schaut mal Jetzt können die Autos ein Rennen fahren Du hast aber ein schnelles Cabrio gebaut, Leo Leo Junior Schaut mal Da liegen so viele geometrische Figuren auf dem Spielplatz herum Und hier ist Leo Junior Er scheint es eilig zu haben Hallo Leo Hallo Leo Was machst du heute? Was machst du heute? Räder? Schornstein? Leo? Möchtest du eine Lokomotive bauen? Wo fangen wir an? Blaue Kabine Blaue Kabine Das Dach und der Boden Eine schwarze Plattform Ein orangefarbener Kuhfänger Räder Unsere Lokomotive hat sechs davon Zwei blaue Zylinder Und zwei starke Magneten Was ist los, Leo? Fehlt etwas? Los, wir gehen es suchen Was braucht jede Lokomotive? Nach was sucht Leo nur? Ratet mal Es ist der Dampfkessel Jede Lokomotive braucht einen Um fahren zu können Leo, du musst nach einem großen Zylinder Ausschau halten Sieht das aus wie ein Zylinder? Das ist eine Kugel Und diese Teile? Das sind ein Prisma und ein Würfel Und das ist ein großer Zylinder Leo, nimm ihn mit Er passt perfekt zu unserer Lokomotive Toll! Zwei Teile sind noch übrig Der Schornstein und die Pfeife Unsere Lokomotive ist fertig Mal sehen, wie sie fährt Wir hängen noch ein Waggon dran Und los! Gute Arbeit, Leo! Gute Arbeit, Leo! Vielen Dank.